Ah, das guck ich mir noch mal an. Ewig. Ja, dann. Und das nicht weiß, wer oder nein? Da. Ja. Faden, Angst. Okay, die Frage ist wo. Äh, ist ich da runter? Hm. Ach. Schöne, ist das schon lange. Äh, eine Falle bin ich schon. Ja. 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 Da unten scheint ein Tempel zu sein. Ja. Hoffentlich ist Onuratu okay. Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben. Solange er die Schatulle braucht. Hoffentlich ist sie okay. Okay. Hm. Das finde ich alles nicht gut hier. Ich meine das. Ein Lautlustkill widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durchfallen. Und meistens merken die das ja gar nicht dann, ne? Das könnte ich versuchen. Lockfallen, Konzentration, Konzentration, Konzentration ist auch nicht so toll. Auf Munitions- und Ressourcentaschen. Das ist natürlich interessant. Wie mache ich das noch? Boah, soll ich, soll ich es einfach mal versuchen? Weitensprung. Schade. 29. November 1603. Lopez fragte mich beim Abendessen, ob diese Heiden meiner Meinung nach der vermeintlichen Macht des Artefakts würdig seien. Ich musste zugeben, dass die Paitizianer zwar einen aufrechten, strebsamen Eindruck machen, angesichts ihrer überkräftigen Muskeln gespannten straffen Haut und ihres Mangels an Schamgefühl aber doch eher tierengleichen. Und was ist mit den Oberhäuptern unserer Gesellschaft, fragte er weiter? Sollten sie einfach mit ihren parfümierten, beringten Fingern wedeln können und erwarten, dass wir gehorchen, dass wir zurückkehren und uns neben sie setzen, wenn sie uns rufen? Behandeln sie uns nicht auch wie minderwertige Wesen, wie Tiere? Darauf hatte ich keine Antwort. Was er gesagt hatte, war Ketzerei und Verrat. Und doch fragte ich mich, ob es nicht in gewisser Weise die Wahrheit war. Das war es bestimmt. Alles voll, alles voll, alles voll, alles voll, voll, voll. Ach, jetzt auf einmal fragt sie sich das. Okay, das ist schon seltsam. Alles voll, ich kann nicht mehr tragen. Ja, wirklich interessant, dass ihr das so schnell so gut seht. Es ist hoch, aber es geht. Natürlich. Oh, da wollte sie keinen Kopfschwung machen. Unglaublich schön. Das war mal ein Sprung. Jujujuj. Ein weiteres Beispiel für die Sinnkrise verschiedener Glaubensrichtungen. Die Person am Kreuz ist nicht Jesus Christus, sondern Kukulkan. Ich schätze, man könnte eine Parallele zwischen ihnen ziehen. Ich nehme alles mit. So, jetzt darfst du mal wieder auftauchen. Oh, shit. Pionias. Pionias. Das ist so. Kann ich mich heilen? Oh, shit. Mist. Dabei war noch nichts mal da unten. Dann ist halt auch noch was. Moment mal, habe ich die eine da noch nicht geöffnet? Die hat jetzt nicht gespeichert. Geheimnis entdeckt. Toll. Dann ist es so. Und dann bin ich schon wieder auf. Dann habe ich noch mal schnell Zeit geschwollen. die ist auf manchmal habe ich eine Kiste gesehen äh war das jetzt nicht gezählt? ich dachte ich hätte jetzt 5 ah da stimmt das eine war ja keine Schatzkiste hallo noch ein bisschen Karte ich habe hier wieder wach ich habe hier wieder wach da komme ich nicht direkt hin ist sie weiter? sie brachten ein heiliges objekt zu dem tempel die schatulle von xcel was war das? was zur hölle? wo kommt eigentlich das licht her? die muss hier lang gelaufen sein wie? die detaillierten gravuren auf diesem helm und sein ungewöhnlich guter zustand könnten bedeuten dass er eher zur zierde als zum schutz im kampf getragen wurde vielleicht wollte lopez damit seine eigene wichtigkeit signalisieren ich hatte die Kiste noch gar nicht auf ich muss schon hier weiter ich muss schon hier weiter warte mal hinterherwand hinterherwand das war auf jeden fall falsch richtung hier da konnte ich doch durch das habe ich jetzt aber nicht verstanden ich habe direkt weiter schwimmen können da oben da oben wird auf jeden fall beobachtet hier ganz eklige sachen hätte ich auch nochmal schwingen können ja konnten sie um den eingang das ist noch eine herausforderung bin ich das ernst? schrotflatte 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 mal kurz auftauchen nicht da lang? nicht da lang? sieht sogar so aus als muss ich da lang schrotflatte das ist noch nicht immer mehr weit schrot schrot nicht da nicht da nicht da nicht da nicht da sind Was soll ich machen? Ehh, 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 Mentira Schnapp, schnapp Das ist anstrengend, ne? Das ist einmal mal Luft Aber dann wird auch nicht mehr gemault Oh, schnapp Ob das so gut war Keine versteckten Durchgänger Oh, ne Jetzt bin ich hier unten Ähm Dann klettern wir mal Äh Okay Okay Das ist ein bisschen seltsam Jetzt bin ich irgendwo Wo? Wo? Was? 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 Schauen, wo ich jetzt bin Vielleicht habe ich hier eine Abkürzung genommen oder so Oder ein Umweg Oder ein Umweg Auf jeden Fall Schön einfach am Ziel zu sein Hier muss ich hier Hier muss eine gewaltige Schlecht getobt haben Ich muss die Barrikade überwinden Kann ich die nicht ziehen oder so? Schienen kann ich da nicht Ach, dass der Tor noch weiter wollen kann Tschüss Spanische Galeone? Wie kommt die in diese Höhle? Das möchte ich nicht wissen Oder doch? Die Mission ist halt schon längst vergessen Ich habe eine Spanische Galeone Wie zur Hölle kommt die rein? Okay, da kann man hochklettern Haha Tschüss Flohst du Aber Glück, dass hier so Kerben drin sind So könnte ich reinkommen Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen Ja, 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 ja Ich gucke gleich Du meine Güte, was ist denn das alles? Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen Soll ich doch mal kurz hier ein bisschen erkunden Was haben wir denn hier für eine Tür? Guck mal, die kann man auch schon aufmachen Guck mal, die kann man auch schon aufmachen Guck mal, die kann man auch schon aufmachen Ich weiß nicht, ob das die beste Idee war Alles voll, ich kann nicht mehr tragen Im hinteren Teil des Schiffs bin ich jetzt auf jeden Fall Hm Das ist doch noch echt. Ach, Mann. Nee, hä? Wo? Ach. Mist, er rührt sich nicht. Warum, warum? Ich muss zu der Kiste. Die Kiste? Der Baum muss frei sein. Was ist das hier, oder? Was ist das der denn? Der Baum muss frei sein. Sie muss zu der Kiste. Ach, komm. Der Baum muss frei sein. Der Baum muss frei sein. Diese Kiste, oder was? I don't understand. Da kann man hochklettern. Nee, das hier noch mal an. Was hier ist das? Eine Rampe für... Der Baum muss frei sein. Los, fall. Der Baum muss frei sein. Also hier auf die andere Seite, das... ...gleich da, und dann... ...dach rüber. Der Baum muss frei sein. Der Baum muss frei sein. Ach so, ich bin hier natürlich... ...klettern, ne? Alter, da kommt sie nicht dran. Shit. Hätte ich von da drüben mal schießen müssen. Äh, dann muss ich noch mal tauchen. Was hat sie denn da? ... Was hat sie denn da? Ja. Ja. So, jetzt kommen die schon mal hin und her. Der Baum muss frei sein. Der Baum muss frei sein. Übrigens muss der Baum... Was ist das? Der Baum muss frei sein. Hm. Ich muss zu der Kiste. Zu der, ja, ja. Der Baum muss frei sein. Wie ist der Baum frei? Ich muss er, ja. Jetzt ist er. Ja. Huh. ... Ich werde die Erle.